Halt der an? Ey! Na so'n Ding und das gibt Untertitel die aber ernsthaft mal! Da hat der gerade mich aus dem Spiel rausgeschmissen. Gibt's ja wohl nicht. Zum Glück nur ganz kurz, aber trotzdem ist ja ärgerlich. So, äh, okay. Er scheint sich selbst beschäftigt zu sein. Ähm, yum yum? Gibt's hier irgendwas? Nee, scheinbar nicht. Was zum Gleier? Hm. What? Oh. Okay, der ist hinter sich. Schön alle drauf hier hin zu sein. Hm. Ja, ist klar dass er nervös ist. So wie der aussieht. Hat mich das nicht mal. Hä? Ach so? Ja, okay. Hier kann ich mein Explosivgel einsetzen, um durch den Boden zu brechen. Dann machen wir das mal wieder mal hin. Ab durch die Mitte. Ich bin. Man sagt ja verbrechenlos. Hm, der Typ hat echt die Stimme von Joker Mindestens ist die Stimme, äh, die Steuerung immer noch dieselbe wie in den Vorgängerspielen Erstmal kommt er hinauf Genau, BAM Nicht einmal was einklassiert, schönes Ding Mhm Original ist da gesetztes wieder, schön Die Wand neben ihm ist Popels, wenn ich es hinter ihn schaffe, kann ich ihn sicher ausschalten Ja, nee, ist klar, ne? Da hab ich mir schon so gedacht Die müssen hier echt mal an Hygiene denken Ich würde mal sagen, wieder Und Alarmes Du hast viel Treibler, Mann Okay, funktioniert nicht Aha, okay Sieht aus, als hätte ich ihn verscheucht Dann wollen wir den Typen mal ein bisschen Ohrensausen verpassen Jetzt hat der Senderpause So 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 Okay So So Ich muss beide Schalter etwa zur selben Zeit recken, um die Tür zu öffnen Hä? Zwei schnelle Treffer mit dem Batarang und die Tür sollte sich öffnen Ne, das war nicht Eins antippen Zwei mal Wenn ich schnell zwei Batarangs werfe, kann ich wahrscheinlich beide Steuerungen treffen, um die Tür zu aktivieren Hm Zwei schnelle Treffer mit dem Batarang und die Tür sollte sich öffnen Ja toll, jetzt haben wir es ja Ey wie? Eins antippen, zweimal Schnell Batarang Wenn ich schnell zwei Batarangs werfe, kann ich wahrscheinlich beide Steuerungen treffen, um die Tür zu aktivieren Okay, so war das So war das Okay, jetzt bin ich hier drin und Ah, da sieht's weiter Ja Ansonsten, hm, haben wir da nichts für da Ah, Mann, bin ich doof Ja, nee, ist klar, haben wir denn jetzt Oh Oh Es ist auch Weihnachten und er ist der Calenderman Na gut Was soll das alles, Sayonis? Habe ich dich nicht immer unterstützt? Merk sein, Gillian, aber Dinge ändern sich Wir fangen von vorne an Und du bist nicht dabei Wovon redest du da? Ich bin nicht dabei? Nach allem, was ich für dich getan habe? Das ist aber zu dir Ich bin der Police Commissioner, verdammt Die Show ist vorbei, Jungs Aua Aua B und Schwerstaste Ich komme zu spät Der Commissioner ist tot Black Mask wird dafür büßen müssen Ja Das wird auch blühen Wo ist nur das Händeschimmer, das ist auch Okay, haben wir das jetzt? Na ja Warte mal Warte mal Warte mal Alle Dinge irgendwie abstellen Sieht nicht so aus Komprimiertes Gas mit dem Feuer gelöscht wird Na ja, vielleicht später Also Aber Irgendwie 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 Geht nicht Hm Na gut Hätt ja sein können Okay, ich schätze mal da lang Na gut Ups Die Knie ist klar, hoch da Ok, wir machen den Abflug Ich wusste, dass es deiner ist Die Knie ist klar, hoch da 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 Hör auf damit Du Penner Die Knie ist klar, hoch da Die Knie ist klar, hoch da Die Knie ist klar, hoch da Ich hätte das erst begriffen Aua Ach Aua Na, pass'n mal auf, du. Wupsah! Alter, hört auf mit der Scheiße! Hey, hallo! Ja, der macht erst mal Pause. Na gut. Sieht so aus, als wäre angeregt. Ja, du kannst mich mal am Arsch lecken, du Penner. Weiter hier. Na gut. Ja, nie, ist klar. Komm in eine Spur. Ja, das hatten wir schon. Wutsch! Nein. Ja, der ist eine Spur. Wäde da, wäde da, wäde da, wäde da. Du sollst da abhauen, du vollidiot Alter, hau dir mal rein Ach, weck mich doch am Fußnabel Vollidiot Genau, so muss das denn sein Ja nie, haben wir denn jetzt? Ja nie, haben wir denn jetzt?